OAS ist stecken geblieben und sieben wunderschönen Mädchen aus Deutschland mit der Hilfe der unserer Studenten schieben ihn. Und ihr, seht ihr, wollt ihr nicht schieben? Hat zuerst gefragt, man sieht mich oder nicht? Und als wir gesagt haben, dass man sie sieht, ist sie sofort gekommen, OAS zu schieben. So, werde ich nicht weiterreden und kommentieren. Nun, was kann ich Menschen sagen, die Exkursionen auf den Sümpfen machen? Hauptsache ist, wenn sie zum Sümpfen mit dem OAS Auto fahren, wird ein streiflicher methodischer Fehler, wenn sie im Schmutz nicht stecken lassen. Wir machen nie solche methodischen Fehler. OAS ist gerettet und wir fahren zum Mitterkassel. Und dann geht's.